Für günstige und sichere FIFA Points & Coins checkt meinen Sponsor Gold da ab. Codename super steif und erhalte 3% Rabatt und jetzt geht's ab zum Video. An die smarteste Community auf YouTube ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute etwas ganz besonderes, ich habe es bei Twitter angekündigt, ich habe es bei Instagram angekündigt und jetzt ist es soweit und zwar möchte ich versuchen, das erste Mal ein Spiel von mir euch zu zeigen. Und es ist das Ganze so passiert, ich bin leider verletzt, habe mich gezerrt, aber trotzdem habe ich euch bei Twitter gefragt. Jungs, wie sieht es aus, hätte ihr trotzdem Bock, dass ich mal das Spiel filmen werde, damit ihr einfach mal seht, wie sieht es aus, wenn man nicht in der Kreisliga spielt. Ich spiele ungefähr drei Ligen höher und zwar in der Landesklasse in Sachsen, Landesklasse schieß mich tot. Ich habe natürlich den Link zu unserer Mannschaft, den Facebook-Link unten reingeballert, und deswegen, wenn ihr Bock habt, gebt dem ganzen natürlichen Daumen nach oben, das freut nicht nur mich, sondern auch die ganze Mannschaft, den Vorstand und so weiter. Ich habe dazu noch natürlich unsere Erwärmung gefilmt, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ich weiß noch nicht, ob ich es nachkommentieren werde, das komplette Spiel oder auch nicht. Jetzt kommen wir erstmal zur Erwärmung. Jungs, viel Spaß. So what's a fella to do? Money's showing true, colors like the Melanin do. Labels grab and wrap and look at what they tell them to do. Lose the integrity and here's some cheddar for you. So I ask them what's a fella to do? Money changed you, but I feel like a genuine dude. And for all the hell I went through, I better stack some Jacksons and some Benjamins too. So if the world is mine, allow me to cash in. Dead presidents to represent me in action. A passion for Jacksons, assorted distractions. Imagine a world where you can gain satisfaction from chillin' with fam and embracing the love. But we focus on bucks, that's why cats sellin' drugs. If not to make a quick grip, it's to stay afloat. Business will boom as long as fiends wanna pay for dope. A never-ending influx of cash, but if the polis on your ass, you get crashed, you better dip fast. It's not just in the hood, the dope slangin'. Even cats up north get endorsed to make a payment. High school kids with an ocean of guap. Selling booth to the freshmen, I guess it pays off. All around me, mad cows for the cabbage. Unfortunately, status and money can make you average. So what's a fella to do? Money's showing true colors like the melanin do. Labels... I don't care about it, but I don't care about it. Let's go this video. Grab and wrap and look at what they tell them to do. Lose the integrity and hear some cheddar for you. So I ask them what's a fella to do? Money changed you, but I feel like a genuine dude. And for all the hell I went through, I better stack some Jacksons and some Benjamins too. A-Z told me life's a bitch and I agree. Only when I'm sleeping and dreaming I'm ever flying free. Oh, wow. Oh, I'm so spicy. I'll get some of my scenes now, dude. Cool. So I find a beat, lace it with a rhyme scheme. Within incredible time and I'm just vibing, so don't mind me. This art that I make is pro bono. But no, no, I found myself broke, homie, oh no. I gotta make the money somehow. Do I make it honestly? I make it void when the sun's down. Cause I have money honestly, it's hard to come by. Minimum wage just isn't breaking, cause I'm unsigned. So I'm grinding and I don't have enough time to live an honest life. And appreciate the sunshine. Und damit starten wir rein ins erste Testspiel gegen die SG Neukirchen. Eine Mannschaft, die eine Liga unter uns spielt. Und damit kann man schon sagen, dass dieses Spiel auf jeden Fall sehr, sehr taktik geprägt sein wird. Denn wir werden über 80% gefühlt Ballbesitz haben. Das bedeutet auch, dass wir hier versuchen, unsere Taktik durchzuziehen. Und ihr seht natürlich im Hintergrund, Zuschauerbegrüßung ist natürlich am Start. Und ich weiß nicht, ob es bei euch genauso ist. Denn es wurde seit dieser Saison eingeführt, dass die Mannschaft wie in der Champions League natürlich die gegnerische Mannschaft abgrüßen werden. Genauso wie die Schiedsrichter. Und damit können wir dann das Spiel starten. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man sagen muss, wir müssen da Vollgas geben. Wir wollen natürlich, wenn es nächste Woche beginnt, mit der Rückrunde gut rein starten. Denn da steht das erste Derby an. Das ist wohl vielversprechendste Derby, was es so in Chemnitz zur Zeit gibt. Denn das sind so die beiden Mannschaften, die in dieser Liga eine sehr, sehr harte Rivalität haben. Jetzt gehen wir erstmal dazu, dass wir uns natürlich wieder mal im Kreis aufstellen. Da gibt der Kapitän natürlich auch noch ein paar Anweisungen. Ich werde jetzt erstmal noch nicht die Aufstellung in irgendeiner Art und Weise zeigen. Das werde ich einfach einführen, wenn ich sehe, dass ihr wirklich Bock darauf habt. Ich kann euch sagen, wir spielen im System 4-2-3-1. Das heißt sozusagen, wir spielen mit einer ganz normalen Viererkette, zwei Sechser dazu, linkes und rechtes Mittelfeld. Ein Zehner ist natürlich am Start genauso wie ein Stürmer. Unsere Konsequenz oder unsere Taktik ist einfach Pressing. Pressing auf die richtig starke Art. Immer wieder vorne zusetzen, immer wieder den Gegner unter Druck setzen. Schnelle Ballgewinne und dann ein schnelles Umschaltspiel. Das ist ganz, ganz wichtig und damit starten wir rein. Wir starten natürlich auch mit elf Mann, die es wirklich verdient haben, hier auf dem Platz zu stehen. Und ich denke mal, dass wir ein richtig gutes Spiel sehen werden. Am Anfang muss man einfach auch noch sagen, dass ich es noch nicht hinbekommen habe, beim Stativ das ordentlich zu drehen. Da gab es irgendeine Einstellung, die habe ich erst ab der zweiten Halbzeit rausgefunden. Die zweite Halbzeit hat dann mein Bruder gefilmt. Also da nicht wundern. Jetzt gehen wir direkt mal erstmal in die erste Szene rein. Indem wir hier einen langen Ball spielen und er kommt nicht ganz so schlecht auf unseren Stürmer. Und da haben wir hier die Möglichkeit. Und was macht da bitte der gegnerische Verteidiger? Er spielt das Ding eigentlich zum Torhüter oder will es zum Torhüter spielen. Und da stauben wir natürlich ab. Da sind wir auf jeden Fall da und so schnell geht es. Da steht es 1 zu 0 schon in der knapp 10. Minute, wenn mich nicht gar nicht täuscht für uns. Erste Szene, die wirklich richtig intensiv hier in dem Spiel zu einer Torchance dann gelangen ist. Und keine Ahnung, was der Verteidiger da gemacht hat. Da steht dann natürlich unser Zehner, der da eben gerade gespielt hat da und staubt da eiskalt ab. 1 zu 0 für uns. Und das reicht uns natürlich, dass wir hier zumindest schon mal, ja, in irgendeiner Art und Weise auch vorne liegen werden. Im Übrigen spreche ich da gerade mit unserem Rechtsverteidiger, denn der ist ganz am Anfang des Spiels öfters mal ausgerutscht. Und da sollte er sich vielleicht neue Schuhe bestellen. Wir bleiben direkt mal bei dieser Szene, denn diese Szene wird direkt nach dem Anstoß sein. Ihr seht auf jeden Fall, wie sieht es aus, was passiert, wenn der gegnerische Klub einfach im Angriff ist. Und ihr seht es direkt, Vollpressing, Vollgas geben, draufschieben und so schnell wie möglich den Ball wieder zu erobern. Das ist ganz, ganz wichtig und damit spielen wir hier das Ding wunderschön rechts raus, haben Glück. Und da gibt es sozusagen den ersten Kampf. Keine Ahnung warum, er bleibt einfach liegen. Der 14er hatte dann anscheinend auch nicht mehr ganz so viel Lust. Hier probieren wir es nochmal mit der Hacke, das Ding weiterzuleiten. Der 14er hätte sofort den Ball erobern können, aber es ist nicht passiert. Damit kommt die erste Ecke zustande, die wir uns natürlich angucken. Doch davor möchte natürlich doch der Schiri sich erkundigen, ob alles in Ordnung ist. Und im Übrigen, ihr habt es vielleicht schon am Anfang gesehen, wir haben sogar Linienrichter. Naja, das gibt es sogar schon bei uns in der Spielklasse. Ich denke mal, es ist mal was Besonderes mit Linienrichter zu spielen für die, die es noch nicht gemacht haben. Jetzt aber erstmal zur Eckfahne, äh, zur Eckfahne, zur Ecke. Die wird ja abgefangen vom Gegner, der soll schnell nach vorne gehen. Wir schieben natürlich wieder komplett nach hinten, haben das Ding nochmal, spielen das Ding mit einem Außenriss durch. Und jetzt sieht das aus wie ein bisschen, ja, Kuddelmuddel da am Straufen. Und da kommt der Ball zu dem 15er vom Gegner. Und da ist Kuli da, den kennen wir ja schon aus einigen Videos. Das Spiel in der Innenverteidigung, macht das richtig gut, setzt sich hier durch. Unser Kapitän schiebt hier den Körper rein und dann geht es wieder ganz, ganz entspannt von hinten raus weg. Das Wichtigste ist einfach auch, dass man wirklich den Ballbesitz hat. Wenn es nicht nach vorne geht, sollte man den Ball nach hinten spielen. Und das ist sehr, sehr oft auch hier in diesem Spiel passiert. Nächste Szene dann erstmal. Schneller Seitenwechsel sollte hier stattfinden. Und von unserem Stürmer, der überlegt auf unseren Zehner, direkt auf Blam, unseren Innenverteidiger. Der sieht hier natürlich die Gasse, spielt das Ding durch. Aber leider, leider war es doch ein Stück weit zu steil. Weil sonst wäre das nicht so schlecht gewesen. Nächste Szene dann direkt abgefangen, wieder vom Gegner. Und dann kommt unser Stürmer und guckt es euch an. Ja, klares Foul, oder? Obwohl, das sage ich dazu. Genau, das war es. Und damit gab es auch schon den ersten Wechsel. Denn bei uns musste jemand raus, weil er extremes Nasenbluten hat. In der nächsten Szene dann die erste Torchance, wenn man es so nennen kann. Von unserem Gegner, denn, ja, der Schuss war nicht absolut stark. Es war eher ein Schüsschen, was man nur sagen sollte. Und dann kommt hier dieser katastrophale Fehler von unserem Rechtsverteidiger. Und dann ist Kuli da und haut hier diese Bundessiegergrätscher aus. Ganz, ganz wichtig. Nächste Szene dann direkt ein Freistoß aus dem Halbfeld. Kommt rein, er kommt eigentlich nicht schlecht. Aber ihr seht, die gegnerische Mannschaft ist extrem groß. Nachschussversuch nochmal vom Kapitän. Der trifft den Ball nicht richtig. Aber wir bleiben weiter im Ballbesitz. Jetzt nochmal das Ding durch die Schnittstelle gespielt. Aber die großen Spieler haben hier immer wieder die Möglichkeit, den Ball abzufangen. Nächste Szene wieder. Rechts-Mittelfeldspieler erobert den Ball. Steckt das Ding durch. Ist eigentlich eine gute Chance. Aber wieder ein Stück weit zu steil. Sonst wären wir da auf jeden Fall da gewesen. Und ihr seht, es geht immer weiter. Wir setzen natürlich den Gegner unter Druck. Ganz, ganz wichtig. Jetzt kommt hier der Steilpass. Und der war ein Stück weit zu steil. Aber wir haben Glück. Der Ball kommt noch. Da bekommen wir den Ball nochmal. Wollen die Flanke bringen. Und die Flanke wird eher zum Torschuss. Denn die Flanke rutscht ihm ein bisschen über den Außenriss ab. Aber es bleibt weiterhin beim 1 zu 0. Trotzdem noch Führung für uns. Ist aber trotzdem zu wenig. Wie gesagt, wir wollen natürlich versuchen, so gut es geht hier, viele Tore zu schießen. Und jetzt geht es wieder steil. Und das ist ein richtig, richtig schöner Angriff, den wir hier spielen. Über die Innenverteidigung reingespielt. Und dann kommt der Ball auf den Stürmer, den wir hier haben. Unser Stürmer setzt den Kopfball leider ein Stück weit drüber. Deswegen bleibt es hier weiterhin auch beim 1 zu 0. Aber das war mal wieder ein Angriff, wo man sagen kann, da hat man unsere Qualitäten gespürt. Schnell gespielt. Schnell direkt passspiel. Direkt vorne in die Gasse rein. Und dieser Freistoß auch hier würde abgefallen von unserem Gegner. Weil sie einfach wirklich riesig sind. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit. Bring das Ding nochmal raus. Da verschätzt sich sogar, wie ihr seht. Der Verteidiger wollen nochmal die Flanke bringen. Die kommen nicht direkt hinter den Ball. Und auch der Ball wird zur Ecke geklärt. Jetzt eine ganz, ganz wichtige Szene in der ersten Halbzeit. Denn das ist, man kann es sagen, ein Freistoß, der relativ schief geht. Denn unser Torhüter kommt raus und stößt mit der Kniescheibe an die gegnerische Kniescheibe. Und bleibt danach erstmal liegen. Und das ist ganz, ganz bitter. Denn wir hatten keinen zweiten und dritten Torhüter mit. Die waren heute, beziehungsweise an dem Tag, alle verhindert. Wir wollen natürlich unseren Physio da reinholen. Aber, ja, es ging nicht weiter. Es ging leider nicht weiter für unseren Keeper. Und deswegen war Halbzeit. Und in der Halbzeit wurde natürlich gewechselt. Es musste ein Spieler rein. Doch der wird hier noch auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise auch noch eine wichtige Szene haben. Zweite Halbzeit. Dann habt ihr es kurz gesehen. Tim war jetzt am Werk. Hat die zweite Halbzeit gefilmt. War nicht ganz so zufrieden. Ist natürlich nur ein Tor gefallen. Aber wir gehen direkt mal weiter mit der ersten Szene. Die kommt hier rein. Da kommt unser Stürmer zum Abschluss. Kann er vielleicht noch ein Stück weit nach hinten legen. Da steht nämlich unser Kapitän da. Der hatte eine bessere Situation. Und könnte da schießen. Weiter geht es. Wieder wir. Armdrücker natürlich. Wieder unser Kapitän. Der Zehner spielt das Ding hier wunderschön in die Gasse. Unser Stürmer ist durch. Zieht das Ding ab. Und da fehlt ihm das Quäntchen Glück. Denn der gegnerische Spieler klärt das Ding fast auf der Linie. Sonst wäre das hier natürlich ein sicheres Tor geworden. Diese Ecke sollte uns aber leider nichts mehr einbringen. Ich wollte sie reinschneiden. Da läuft er ganz entspannt zur Ecke. Da freut er sich vielleicht schon drauf im Video zu sein mit seiner Ecke. Aber es tut mir leid, das bist du nicht. Nächste Szene. Ganz ganz wichtig. Hier. Denn unser Spieler war natürlich im Tor. Und er kam zu der richtigen großen starken Möglichkeit hier an den Ball. Und dann ist unser Torhüter da. Beziehungsweise unser Spieler. Wir klären das Ding nochmal auf der Linie. Das war ganz ganz wichtig. Sonst würde es hier natürlich 1 zu 1 stehen. Und wir haben Glück, dass da unser Keeper in Anführungsstrichen da ist. Und das Ding hält. In der nächsten Szene. Hier Tim am Werk mit der Kamera. Kam da nicht so wirklich hinterher. Nochmal ein Abschluss. Der war aber nicht so optimal. Hat es probiert. Aber es sollte jetzt endlich wieder Zeit sein, hier ein Tor zu machen. Diagonalball von Kuli. Der kommt irgendwie durch. Und guckt euch diese Mitnahme an. Ist nicht so überragend. Aber unser Kapitän staubt ab. Ist da. Macht das 2 zu 0. Und unser Kapitän hat da natürlich zu der Mitnahme noch was Eigenes zu sagen. Denn das seht ihr gleich in dieser Szene. Aber es war richtig stark gemacht. Guter Ball von Kuli. Und jetzt ganz kurz nochmal. Was sagt unser Kapitän zu dieser Ballmitnahme? Nochmal. Nochmal. Wie ein Kicktipp-Männle. Was man so sagen kann. Weiter ging es dann mit 2 zu 0 sozusagen. Überragend. Dass wir jetzt mindestens mal mit 2 Ton vorne lagen. Hier wieder die nächste Ballerhobung. Wieder unser Kapitän setzt sich hier richtig stark durch. Spiel das Ding auf unseren Stürmer. Der legt das Ding rein. Und da steht er da. Unser Zehner. Unser Florian. Der haut das Ding hier zum 3 zu 0 rein. Macht damit sozusagen sein Doppelpack. Wird Man of the Match. Und danach, muss ich leider zugeben, war mein Speicher voll. Und mein Akku lehrt der Kamera. Und deswegen haben wir das Ganze mit der Legria gefilmt. Deswegen nur noch eine entscheidende Szene, die ich hier filmen werde. Hier kommen wir wunderschön über die Außen. Spiel das Ding hier perfekt rein. Perfekt eigentlich. Auch nimmt er das Ding mit. Und da ist Lessie nochmal da. Haut das Ding rein. In die Mitte. Will ihn zu unserem Kapitän spielen. Aber da ist ein Eigentor da. Und da ärgert er sich natürlich. Weil er eben selber das Tor nicht macht. Aber trotzdem. Es war Mannschaftsdienig. Er wollte das Ding nochmal rüberspielen. 4 zu 0. Somit auch der Endstand, das wir hier haben werden. Oder den wir hier haben werden. Und damit gewinnen wir auch das ganze Ding. Ganz souverän dann doch noch mit 4 zu 0. Und jetzt kommen wir nochmal zur letzten Szene hier. Indem wir das Ding über die Außen spielen. Wunderschön gemacht. Nochmal weitergeleitet. Wir haben natürlich nochmal ein bisschen was probiert. Kommen wir richtig gut durch. Und jetzt spielen wir das Ding ab. Und jetzt guckt es euch an. Super überragend. Will er das Ding anlüpfen. Nimmt ihn nochmal direkt mit. Zieht das Ding Wolle ab. Und das war nochmal eine richtig, richtig geile Szene. Von unserem rechten Verteidiger. Keine Ahnung was er da vorne wollte. Aber somit endet das Spiel mit 4 zu 0. Wir freuen uns darüber, dass wir das Ding natürlich gewonnen haben. War nicht die beste Leistung. Muss man einfach so sagen. Und trotzdem müssen wir zugeben. 4 zu 0 ist ein ganz gutes Ergebnis für den Testspiel. Für unser drittes Testspiel. Was wir natürlich hingelegt haben. Es war nicht die beste Leistung. Aber wir haben es trotzdem irgendwie souverän runtergespielt. Und deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen. Wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr mir Verbesserungsvorschläge macht. Wie gesagt, die Kommentiersache. Das wird vielleicht alles noch besser. Es ist ungewohnt, alles nachzukommentieren. Deswegen seid mir da nicht so hart im Nehmen. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch besser werden. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Immer smart und sexy bleiben. Hashtag super steif unten in die Kommentare. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Bock darauf habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin raus, euer Chris und ciao.